René Zellweger ist offenbar frisch verliebt. Die Bridget Jones-Darstellerin Bendelt berichten zufolge mit dem britischen Moderator Ant Anstett an. Die zwei Stars lernten sich laut TMZ am Set seiner Discovery-Plus-Sendung Celebrity-IOU-Joyride kennen. Bei den Dreharbeiten sollen schnell die Funken geflogen sein und die beiden verabredeten sich auf ein Date. Der Rest ist Geschichte. Der 42-jährige Fahrzeugbauer hat zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Aus der drei Kinder hervorgingen. Auch René war bereits einmal verheiratet. Die Ehe mit dem Country-Sänger Kenny Chesney ließ sie jedoch 2005 annullieren. Nach einer Beziehung mit Bradley Cooper war die 52-Jährige zuletzt mit dem Musiker Doyle Bramhall II liiert. Höchstwahrscheinlich wird das Paar seine neu entflammte Romanze aber aus dem Rampenlicht fernhalten. Letztes Jahr kündigte René an, eine Karriereauszeit einzulegen, um sich auf ihr Privatleben zu konzentrieren. Ich sitze für eine Sekunde still. Ich muss auf ein paar Hunde aufpassen und über diese Grippe hinwegkomme, und dann werde ich über ein paar andere Dinge nachdenken, erklärte sie. Bereits 2010 zog sich die Schauspielerin bewusst sechs Jahre aus der Öffentlichkeit zurück, da sie ihre mentale Gesundheit viel zu lange vernachlässigt habe. Ich war die letzte Sache auf meiner Prioritätenlisten, offenbarte sie dem »New York« Magazin.